Ich bin die Lara Linkenfelser, ich bin 15 Jahre alt, ich bin Stürmerin. Ich habe bis jetzt keine bisherigen Vereine, außerdem aus Mingolsheim. Die Ziele mit der Mannschaft sind, unter die Top 3 zu kommen. Und meine persönlichen Ziele sind Tor-Schützin zu werden, in der Tabelle dann schulisch auch weiterzukommen und Fußballisch auch.